Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wundert euch nicht, dass ihr immer das gleiche an habt, weil ich mache jetzt heute vier oder fünf Videos auf einmal, deswegen sehe ich immer gleich aus, aber interessiert euch eh nicht. Heute spielen wir mal wieder Hangman-Freunde auf einer OG-Map von Diego. Der ist ja seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren oder wie lange ich auch immer YouTube mache schon in meinem Bauteam und die Map ist einfach eineinhalb Jahre alt. Und mit dabei, der immer dazwischen reden muss, weil er denkt, er wäre witzig, den Gang! Oh, scheiße, ich hab echt alles verrotzt. Alter, hör doch auf, jedes Mal rotz du deinen scheiß Mikrofon. Und endlich ein Mensch, der endlich mal baden geht, es ist der MBK. Ah, Bruder, ist abgestunken wie D-King, aber muss sein, ja? Auf einmal Mohammed gewonnen. Okay, nehmt euch eine Waffe, Digga, gebaut von Diego und Kiroyal, Freunde Joy auch schon immer dabei. Hilfe von Wusche, Koala und Free Winter. Und hier ist das andere Bauteam-Logo, Digga. Ich war der Erste mit Logo, wollte ich nur mal so sagen. So, oh, die Map kenne ich noch, die habe ich, glaube ich, mit Blaze und... Ich war nicht dabei. Blaze und Kidmave aufgenommen. Ich denke auch... Natürlich, die Wörter, warte, die Wörter sind natürlich neu gemacht, Freunde, das sind nicht die alten Wörter von früher. Hast du schon das Wort gesehen, D-King? Ja, dann geh rein, den deckst du als erstes auf. Okay, Mirkan, du bist Gast, deswegen fange ich an. Spaß. Ich habe vergessen. Hä, ich kriege kein Outgrin zu... Ähm... Okay, schießt am besten nicht auf die Sachen, weil die gehen kaputt. Nicht machen. Nicht, nicht, nicht. Nicht machen. Okay, ähm... Hör auf, hör auf! Eine muss so sein, eine muss so sein. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Handicap. Okay, M. Ja, M. Es ist auch verboten, in den hängenden Aufnahmen A und E als erstes zu sagen. Okay, E. Hä, warte, warte, ich bin dran. D-King nicht aufdecken. Ich weiß, du hast es nicht gecheckt, aber er hat zwei Wörter gesagt. D-King nicht. D-King nicht. Ich schieße den in deinen Hinterkopf. Okay. Äh... Äh... Ich sage B. Uh. Ähm. Das ist ein B. Geil, wie der aussieht. Das ist ein ganz wildes B. Okay. Wenn du den Kopf drehst, ist das Invasion. Das sieht aus wie so... Ja, das sieht aus wie dieses Invasionsspiel. Wenn du die umdrehst mit diesem Raumschiff, wo man hin und her fährt. Okay. Ah, das sieht aus wie ein Discord-Logo, Digga. Freunde, schreibt mal rein, oder? Oder ein Controller. Oder ein Controller. Discord-Logo. Discord-Logo einfach. Okay, ähm... Ich sage E. Wenn B dabei ist, ist es immer ein E dabei. Nee. Weil B geht nicht... Okay. Oder was... D. D? Wenn D dabei ist, ist es immer ein B dabei, sagst du? Ja. D? D? Nee. Nee. Hm. Dann ist auf jeden Fall ein I dabei. Das sieht man schon da. Das ist ja D gar. Warte mal. Uh, dann ist auch ein N dabei, ne? Links, guck mal, ein Leben. Links, André, wie groß das ist. Nein, 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 nein. Ein W? Ich sage... I, B. Ah. Ich sage... Oh, schwierig, oder? Für 10 Korins könnt ihr euch einen Tipp holen. Nee, ich will aber nicht. Ich sage... C. Hä? C, wie Cäsar. Nein. Gehen wir merken? Äh, Z. Z? Nein. Zombie. Nicht O. Zombiebe. Hä? Oh mein Gott, Bro. Ich habe... Ich dachte... Alles gut, lass bitte. Ja? Ist okay, ne? Ja. Okay, ich sage M, aber M ist, glaube ich, drin. Was? Hä? Was ist das für ein Wort? I? Ein A. Nein. Ah. Ich sage L. Nein. What ist das für ein Wort, Digga? Ich sage H. Ja. H. Ich sage O. Ich weiß es trotzdem nicht. Ich weiß es trotzdem nicht. Ich sage ein A. Hä? A hast du doch eben schon gesagt, da hat er Nein gesagt. Bist du doof, Digga? Digga, er hat das H aufgeschossen. Nee, hä? Er hat H gesagt. Und ein R. Ja, nee, er hat vorhin A gesagt. Da hast du gesagt Nein. Oder? Und ein R. Bin ich doof? Ja. Freunde, schreibt das mal rein. Ja, Digga, wie soll man das denn wissen, wenn du es falsch machst, du? Digga, also. Sorry, das war's. Nein, hör auf, hör auf. Du hast wohl 50 Leben. Muck dich. Ich habe gewonnen. Warte, wo kriege ich jetzt Münzensen? Ja, wir müssen hier interagten. Uh. Uh, auf Oldschool-Basis, Freunde. Wo man am Schluss noch eine Kiste bekommt. Und Mirka darf jetzt aussuchen, Digga. Feier ich. Logisch. Digging, kommst du auch oder willst du nicht? Ich nehme die Ska. Heimisch-Gold. Ja, welche kriege ich? Ähm, und ganz kurz, Andréke Gold. Oh. Du, du scheiß 31er. Okay, dann nimmst du, okay, dann nimmst du die Scoped. Kleiner Hund. Ja, Digga, du hättest danach beleidigen müssen, du Idiot. Ich schwör. Ich glaub, wir haben nur drei Leben. Hör auf, hör auf. Ich töte dich, Decking. Mir ist egal. Ich decke jetzt auf. Ich decke jetzt auf. Warum? Okay, 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 okay. Okay. Spaß. Okay, wir können loslegen. Boah, das war richtig nice Geräusch. Okay, ich fang an, weil ich gewonnen hab. I. I? Ja. Bro, darf ich selber aufschießen? Oh mein Gott, cringe, Digga. Ich hab auch noch zur ganzen Zeit gerechnet wie ein Idiot. Äh. Ein, wenn ein I immer da ist, ist auch ein E da. Entweder davor oder danach. Ja, ist es. Genau so meinte ich das auch. Wenn ein E am Ende ist, seh ich schon jetzt ein bisschen links die Buchstaben. Ja, welcher ist das? Oder das ist ein R, weil ein N wäre. Ah, na, warte, fuck. Ein R, ich sag trotzdem R. Alter, was kann doch noch. Dann sag ich ein N. Oh, shit. Aber das sagt dir gar nichts. Egal, was du da aufgedeckt hast. I. Nein. Die letzten drei Buchstaben sind schwer. Also sag ich nur so. Okay. Obwohl, die letzten beiden. Eins davon ist relativ basic. Ich sag E. Ah, hab ich schon. Ah, cringe. Ah, okay, A. Okay, D-King ist dran. Ja, ja, das Wort ist nicht einfach, Digga. What? Ruinen? Ja, Ruin ist richtig, Digga. Spaß. Okay. Ein R hab ich schon. Digga, merkst du selber, ne? Okay, ich guck auch nicht in den Dings. Ich sag ein O. Falsch. Uh. Jetzt guckt er im Chat. Falsch. Junge, geh weg mit deinen Ruin. Das ist falsch, Digga. Lass dein U einfach begraben, okay? Ein G? G ist auch falsch. Digga, ich musste gerade überlegen. Hä? Gra, gra, u, ra, fra, fra, bro. Ich sag euch so, ja? Ich sag euch den Tipp und dann dürft ihr beide ein Wort sagen. Okay. Direkt ein Wort? Ja, müsst ihr nicht. Aber ich geb euch einen Tipp und dann seid ihr beide gleichzeitig dran, wenn ihr wollt. Ähm, es hat was mit Schokolade zu tun. Hä, mit Schokolade? Ja, das Wort hat was mit Schokolade zu tun. Also, ra, ranieren, grani... Was? Es hat was mit Süßigkeiten und Schokolade zu tun. Also, man kann es essen. Ich denk ganz an Kandieren. Nee. Sagt euch trotzdem nichts, oder was? Nee, gib mir nochmal einen Tipp. Ähm. Es sind kleine Schoko-Häppchen. Pranin. Er steht da irgendwas Russisches, Digga, auf einmal. Praniert ja. Okay. Dicking gibt die Waffe. Ich hab gar keine genommen. Dicking legt die Waffe. Da liegen nur noch alle. Okay. Mirkan, du darfst es aussuchen. Darf die graue Tech. Ja, die ist wild, Digga. Die nehme ich. Das ist in Ordnung. Alle Waffen sind hier in Ordnung. Ja. Und ich, an der Dicking nimmt die grüne, weil die blaue wurde genervt. Ja, die ist echt Müll. Die blaue macht jetzt nur noch, ja, wenig Schaden. Okay. Jetzt geht's los, Mirkan. Okay. Okay. Ich will Schild voll machen. Okay. Man weiß nie, was Dicking fährt. Oh. Man hat keine Checkpoints. Man muss ganz hinten wieder herlaufen. Okay. Rudi. Mirkan. Äh, Dicking fängt an. Ja, Dicking fängt an, weil er verloren ist. Ja. Ja. Oh, S muss drin sein. Ja, ich gucke erst mal wieder nach, weil ich hab nicht gemerkt. Oh, wildes S, Digga. D. Falsch. Hm. Wenn S dabei ist, dann ist auch ein N dabei. Falsch. Warte, André macht jetzt genau so. Jetzt ist ein E dabei. Ja. Oh. Und wenn ein E dabei ist, ist auch ein O dabei. Warum macht ihr mir alle nach, Digga? Warte. Also, wenn André jetzt logisch steckt, dann weiß er, was hinten ist. Aber nein, O ist nicht drin. Dann kann ja nur noch ein M dahinter sein. Ein M. Ja. Nein. Hä? Was für logisch. Also, ich hätte ein Wort, hätte ich direkt... Ich sag M, du sagst logisch. Ich sag M, er sagt nein. Hä? Du hast mich heftig gebatet, Digga. Ich mach bis in der Zeit Map kaputt. Sag weiter. D. 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 Lass mich kurz überlegen. Nein, du hast keine Zeit. Oh, T. Ein was? T. Ein T. Oh. Ich lass D. Klick einfach die Wörter aufdecken und rate denn am Schluss und weiß es trotzdem. Ein B. Nein. B? Ich sage A. Nein. Ha. Bro, ich hör die ganze Zeit Steps. Ja, Diego läuft hier irgendwo rum. Z. Digga, Z kann ich auch sagen, ist nicht dabei. Nein, bro. Sehr gerne. Logisch denken. Dann wüsste ich, was am Schluss steht. Wenn man logisch denkt, weiß... Ja, ist... Ja, da sind andere nichts draus. Warte mal, ich kann das... Warum zieht er dich direkt mit dem Schmutz am Drehen? Hm. Ha. Ich sage... Ich sage G. Nein. Hä? M. Auch nicht. Hab ich doch schon. Dann ein N. Nein. Digga, für D. King ist der einzig, der immer noch nicht checkt, wie Hangbang von Z. Digga, ich schlug. Hä? Oh, hier oben kann ich irgendwas drücken. Kann hier oben irgendwas drücken. Verbrauchen. Geht nicht. Schade. Oh. Okay. Hä, wild. Ich will das haben. Ähm. Ich sage... Logische Schlussfolgerungen, ab jetzt. Logische. Ja, dann bin ich raus. Nach einem S... Kommt ein... A, C, D, E, F, G, H, J, K... Nicht im Alphabet, Digga. Ach so. Wenn du denkst, ein Wort wird mit S geschrieben, woran denkt man dann am meisten? An nix? Oh, aber das hatten wir schon. Was für O. Es gibt noch eine logischere Schlussfolgerung. U. Es war jetzt nicht logische Schlussfolgerung? Bootsbach. Spaß. Ähm. Bootsbach. Ja, Digga, nachnimm. Ich hab doch Emo gesagt. Halt mal die Schnauze. Wenn man an ein S denkt, denkt man an Soße, Suppe. Also wenn man fett ist. Oder anders. Oder anders. Nein, es ist nicht das Wort anders. Und es ist auch nicht Thomas anders. K. Nein. D-King? Welche Wörterkitzel ist SK? Sk-Sky. Skateboard? Nein. Ein F? Nein. Hä? Bro, es ist schon so ein großer Tipp, dass ich sag, nach einem S kommt logischerweise ein... Es gibt kein logischerweise in Buchstaben, Amina Jackson. Es gibt es nicht. Es gibt Soße. Es gibt Suppe. Es gibt Sip. Es gibt... Äh... Sahne. Okay. Es gibt verschiedene Sachen, Digga. Er sagt logischerweise. Ah, hatten wir schon. H, H. Ja, aber Andres dran, Bro. Ah, H. Nein, ein C kommt nach S. Ich hab hier ein C gesagt. Dann kommt ein H. Du hast nicht C gesagt, Bro. Du hast Z gesagt. Und dann kommt ein L. Und das Wort ergibt D-King. Lutsch. Äh. Guck dir das mal an, Digga. Das war cool. Ich glaub, da hättest du gar nicht gucken müssen. Am Boden. Warum denkst du direkt falsch? Mit Lutscher meinte ich Lollipop. Ja. Cool. Loll. Oh, das Ding ist ich dafür aussuchen. Darf ich irgendeinem Hangman auch mal gewinnen? Hangman. Hangman. Kennst du nicht? Das ist der asiatische Bruder von Hangman. Okay. Okay. Ich dachte kurz mal noch. Okay, ich nehm die P-19 Gold. Einfach, weil ich cool bin. Kennst du auch dem asiatischen Bruder Anlei Tung? Okay, sorry. Kennst du auch, den D-King muss die schlechteste Waffe nehmen? Weil er die ganze Zeit muckt. Er kriegt die Salvenpistole. Obwohl, die ist eigentlich wild, aber... Ey, was lasst du? Ich will keine MP. Ich nehm keine. Ja, okay, dann komm. Okay. Dann... Ja, so! Ich deck auf. Ich deck auf und dann gehen wir fight. Ah, okay. Ich geb euch ein Wort. Ich geb euch einen Tipp schon mal von Anfang an. Ja. Das Wort ist nicht Deutsch. Meine Kopfhörer sind kaputt gegangen. Das Wort ist nicht Deutsch. Nein, 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 nein. Wir fangen mit Buchstaben an. Ist auch falsch. Okay. C. Okay, nein. Ähm, ähm... S. Ja. Jo. T. T. Was? T. Nein, ist falsch. Okay. Logische Schlussfolgerung. An einem englischen Wort ein H dahinter. Ah, der logische Boss hier. Mirkan. C war nicht. Englisch wird viel ein T. Ah, hat er schon. Dann ein A. Hä? Ach so. Ja, gut, A. Ja, okay, A. Ein R. Digga, Technik dreht durch. Also... Hä? C. Was? C. C ist falsch. Ja, okay. Ähm, André? Fehlt nicht, nee, es fehlt nicht noch ein. Ein M. Arsch! Marshmallow. Oh, yeah. Ohleisch, ich hab keinen Bock, ja. Hä? Wo bin ich hin? Hä? Lol, das... Ah, stimmt, das ist ja oldschool Minigame-mäßig. Hier erstmal für Dings? Für den Gewinner? Uh, ne, warte, 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 das ist ein Minigame. Es fehlt etwas. Hä? Okay. Ich glaub, die Kisten kommen danach oder so. Egal. Für den Gewinner gibt es ne... Leg sie da hin, Digga. Oh, wildes Minigame. Minigame, schieße deine Feinde in die Fallen mit Hilfe der Impulsgranaten. Richtiges oldschool Minigame. Schieße deine Feinde in die Feinde der... Nein! Ich hab Vincent Karma bekommen. Ich komm jetzt mit Death on raus, oder wie? Ja, du musst dich killen einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, Team 4. Team 1. Äh, warte mal, ich muss kurz einmal respawnen, weil ich hab... Nicht... Voll live. Voll live. Ich geh Team 0. Haben wir ne 100 HP? Die haben gar kein Shade. Ich geh Team 0, okay. Seid ihr drin? Ja. Okay, let's go. Ah, ich hab keine Sniper-Freunde, aber auch mal okay. Wilde Fight-Map, Digga. Sieht ganz dron aus. Real Talk, Geist ist krank. Einfach Candy... Dings. Ich hab das Wort vergessen. Digging hitzig hoch. Digging hitzig hoch. Ist egal. Digging hitzig one. Ich hab ihm die... Ich hab ihm die... Ich hab ihm die most broken Waffe gegeben, Digga. Okay, Digging down. Wir sehen uns, Digga. Ich hab Impulskranaten mitgenommen. Wir schauen zu, Bro. Echt jetzt? Ja. Was, das schaust du. Digging schaut nicht zu. Er sagt beide. Das heißt, er trollt. Warum trollst du so, Milka? Ich war todesverwirrt. Ich dachte, wir müssen jetzt Map neu starten. Ich hab fast geweint innerlich. Ich hab einfach Digging's Spawn-Arena. Du weißt, was du noch nicht hab. Junge, ich hab nur Schaden. Warum gibst du mir ne graue Tech, Digga? Die macht 20 Schaden. Ich hab noch 1 HP. Die ist okay, Bruder. Digging, 8 HP. Er hielt sich hoch mit Essen, Sessen, Mäßen. Hör doch auf, ich hab... Oh. Ähm. Hallo, Digging? Digging? Kommst du klar, oder? Ist alles gut? Digging? Ich hab mein Tisch kaputt gemacht. Geil. Okay. Bruder, die ist okay. Es war mir einfach Ding wie... Was hast du gemacht? 15 Schaden oder so. Rest in peace, Tisch von Deking in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Milka hat den Fight gewonnen, weil er mir die hässlichste Pumpkin gegeben hat, der ganze Welt. Wir sehen uns morgen. Freunde, ciao.